Noch einmal nach vorne zu spielen. Ich meine, es ist der Mutter der Verzweiflung, das ist schon klar. Bei der Apertinie haben wir das überhaupt nicht souveräumt. Nein, gar nicht. Ich habe auch gesagt, man durchspielst noch nicht fertig. So drei, vier Minuten, da hätte noch alles passieren. Weil ich habe gedacht, bei einer Zeit, ich muss das sagen, ich schalte mich besser als die Apertinie. Ich habe nicht ausgewiesen, in einer Welt, gleich die Grenzen. Keine Ideen. Wir schätzen untereinander, Sie sind schildwechselt worden. Es ist ein Spiel für den Backkampf. Wir haben die andere Hand. Für uns. Wir schätzen untereinander. Es war eine Rammstadt für eins von der Mannschaft. Wir haben die Diskussion im Moment zum Stadion. Aber wir können uns jetzt sagen, wir sehen uns gar nicht. Ohne rausgehen. Wir müssen dann umgehen, weiterfahren. Das war die Linke. Das war die Linke. Das ist ein Schildmann. Das war die Linke. Die Linke. Das ist ein Schildmann. Okay. Das war eine Rammstadt. Das war das war. Ja. Ich bin hier. Das war das Wunsch. Vielen Dank. Vielen Dank.